Christoph Wanner in Moskau, so ein bisschen Protest haben wir gesehen jetzt auch in den Bildern in diesem Beitrag. Na und? Ja, es sind spektakuläre Bilder, die da zum Teil im Internet veröffentlicht werden, vor allem über Kreml-kritische Medien, wie dann da Urnen angezündet werden oder wie Flüssigkeit, Desinfektionsmittel, Tinte in die Urnen gegossen wird, um die Stimmzettel ungültig zu machen. Molotow-Cocktail wurde in einem Fall geworfen. Doch mir ist bekannt, dass es sich dabei um bisher 18 registrierte Fälle handelt. Also das ist doch sehr gering, aber die Bilder haben natürlich ihre Wirkung, das ist ganz klar. Nur an dem Ausgang der Wahlen ändert dieser Protest, der da eben vereinzelt stattfindet, überhaupt nichts. Das Einzige, was passiert, ist, dass es Konsequenzen haben wird für diejenigen, die, wie das hier in Russland heißt, Sabotageakte begehen. Denn wenn man hier die Urne anzündet, dann kann das fünf Jahre Straflager bringen. Christoph, lass uns mal über das Ergebnis reden, dass es so kommt, wie Wladimir Putin es geplant hat, gilt allgemein als sicher. Die Frage ist nur, wie wird er denn das verkaufen, vor allem die Wahlbeteiligung? Also die Wahlbeteiligung, da werden wir am Montag irgendwas hören von so 70, 72 Prozent. Und Wladimir Putin dürfte diese Wahl hier nach offizieller Lesart dann mit 80, 82 Prozent der Stimmen gewinnen. Das ist meine Prognose. Und ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit da oder wie stark an den Stellschrauben gedreht wird. Meine Vermutung ist, dass Wladimir Putin, wenn alles mit rechten Dingen zugehen würde, wohl mindestens 60 bis 65 Prozent der Stimmen bekommen würde. Man muss, wenn man diese Wahl kritisiert, dann hat man damit auch recht. Aber man muss immer auch noch eines mit einräumen. Putin ist bei den Russen zu einem großen Teil nach wie vor sehr populär. Schauen wir mal auf die Situation im Südwesten an der Grenze zur Ukraine. Weiterhin ziemlich angespannt. Welche aktuellen Informationen gibt es darüber? Es gab in den letzten Tagen massive Angriffe der Ukraine auf russisches Kernland, auf die Provinzen Kursk und Belgeret. Gestern gab es dann dazu eine Sitzung des Sicherheitsrates hier in Russland. Putin hat da den Vorsitz übernommen und hat davon gesprochen, dass circa zweieinhalbtausend ukrainische Soldaten das russische Kernland angegriffen hätten. 35 Panzer, 40 gepanzerte Fahrzeuge an verschiedenen Front- oder Grenzabschnitten. Und Putin hat gesagt, dass die Ukrainer große Verluste erlitten hätten, bis zu 60 Prozent der Soldaten, die eingesetzt wurden. Und auch ungefähr so um die 50 Prozent der Panzer und gepanzerten Fahrzeuge verifizieren lässt sich all das nicht. Doch unterm Strich scheint es so zu sein, dass die Ukrainer sich nicht auf russischem Kernland festsetzen konnten. Christoph, lass uns aber nochmal in die Gebiete schauen, die annektiert wurden von den Russen in diesem Angriffskrieg. Auch da wird ja gewählt, schon längere Zeit. Womit ist da zu rechnen? Oder wie ist da der Zuspruch bzw. die Beteiligung an dieser Wahl? Das ist natürlich, wenn man jetzt darauf seriös antworten will, kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Weil das ist absolutes Kriegsgebiet und wie die Menschen da tatsächlich ticken, inwieweit sie Putin unterstützen oder inwieweit sie da auch gezwungen sind, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, entzieht sich meiner Kenntnis. Also ich kann tatsächlich für die Menschen reden, die ich auch tagtäglich im russischen Kernland sehe. Und da ist die Unterstützung für Putin groß. Wie das in den sogenannten neuen Subjekten ist, weiß ich nicht. Ich kann das nicht sagen. Christoph Weiner, Dankeschön. Nach Moskau. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Ja. Ja. Praise Κ Leib. parskids. Bin số 50 jr. Ja.